Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Also Originalteile, was damit nicht stimmt, weiß ich auch nicht. Zwei habe ich noch, zünde ich mal morgen am Tag. So, jetzt geht es hier mal im Hellen weiter mit den Ballervögel. Einfach mal testen, ob der auch hoch geht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wie langweilig. So, und der letzte dieser Art. Alter Schwede, das Trommelfil ist draußen. Geiler Druck, einfach nur top. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020